Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen React hier auf PiezmedTV. Heute mit dem Bram, dem Sebastian, dem Jonathan und mit dem Peter. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute schauen wir uns an Unusual Memes Compilation, die wir auch immer gerne sehen. Und diesmal die 200. Folge. 200 Folgen gibt's davon. Hat auch fast 5 Millionen Aufrufe schon. Also ist jetzt auch schon ein paar Wochen online. Ich hoffe, wir haben so viel Spaß wie ihr. Also viel hoffentlich. Und ich hoffe, wir haben alle gemeinsam viel Spaß jetzt. Das haben wir in der Schule auch gemacht. Oh Gott. With the boys. Ja. Alter. Alter. Oh shit. Ach du scheiße. Ach du scheiße. Oh damn. Oh nein. Oh. What? Fuck. Ist ja nice. Was? Ich muss mal kurz runterkommen von der Geschwindigkeit dieser Quatschscheiße, die wir gerade gucken. Das ist ja gerade einfach so... Alter, okay, ich bin wieder am Start. Eine Stunde dann darfst du im Kanu sitzen. Ja, eine Stunde Stunde im Kanu sitzen, dass es ins Sahne ist. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Ich dachte mir, ich gehe mal sehen. Oh Gott! Gade? Gade? No way! Fuck no way! Oh! 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 Oh sow Matt von Holland! Oh! Das ist ja wohl auch Amerika! Alex the Great Shave, alter! Fettestes Kaninchen ever, einfach! In einem Hammer oder sowas! Alex the Great, ja! Das wird geil! Schön? Don't worry children, Jesus kitty will make sure there's enough fish and bread for everyone! What? Oh my god, diese arme he- äh, mietz! What the hell? What the f- Alter! Ah, wie süß! Das sah aus, als wäre da schon Power-Inner! Oh oh! Nice! Immer wieder schön! Boah, Bessoff oder was? Ja, ich glaub schon! Bessoff oder was? Ja, ich glaub schon! Ha ha ha! Ha ha ha! Pfff! Emma! Oh Destiny! Das ist 8x8! Schade! 07x8! Und das war der Playstation 5! Das war der Playstation 5! erinnert los wak user aba Alter! Alter! Gebrai! Das ist so dumm. Nein! Es ist so dumm, es ist so dumm, es ist so dumm! Das ist wirklich einfach dumm. Scheiße. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. 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 Wut? Wut? Das ist mein Bad. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Full Metal Alchemist. Full Metal Alchemist. Yo, what you got there? What are you doing? Oh, I said a flatbread. He can't help but to put in his complaints. Where are you, best? Sam. What you doing? You got a hot dog, buddy. Proper British Dishes, part 35. Pretzels on fucking fire. What's the fun? Ah. Aua! Alter! Ach du Scheiße! Oh! Schatz! Fass! My brain has crushed me! Ah! Oh, was? Nein, no! Oh, my! Ist das so schön. Ah, das kenne ich auch. Ja, ich kann auch da durch. Wer stellt da Blumen hin? Was ist das, was diese Frau macht? Oh, da stehe ich sie. No! Ei! Oh, Mann, ey. Alter. Alter. Oh, mein Gott, ey. Das ist so, der Overflow, Alter. Alter. Ehrlich. Das war eine coole. Jetzt brauche ich erstmal Bier oder so. Das war stark. Ja, okay. Das war auch wirklich einfach alles Overflow gerade so. Wie ein Fick. Aber lustig. Ich hätte zwischendurch gerne mal Pause gedrückt, aber so wie du am Anfang, Peter. Einfach mal zwischendurch wieder runterkommen. Irgendwann war ich so im Flow drin, da wollte ich gar nicht, dass das stoppt. Das war Unusual Memes Compilation Version 200. Jo. Vielen lieben Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Bis dahin. Haut rein. Ciao. Ciao. Ciao.